Mob Drops. Und wenn nicht da, dann haben wir hier nichts. Na doch da. Und ich brauche noch 5 Pisten. Kann ich auch selber machen. Die Repeater liegen da rum. Ah ja. Holz. Hier ist er noch. Ich nehme jetzt schwarz-eischen Holz. Tu das. So, ich schätze... Mach die Kiste jetzt auf. 2,5. Wie kommt mir das hier so dunkel vor in dem Eck? Ich weiß nicht warum. Kommt mir so dunkel vor irgendwie. Stein hatten wir noch dabei. Stein brauchen wir theoretisch nicht mehr. Pfeile ist dabei. Das ist eigentlich ganz okay. Die Stöcke brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen momentan nur Erde und Fackeln um drüben auszuleuchten. Man, wenn es in der Tat nicht so voll wäre, weißt du. Warte, hab ich eigentlich 3? Hä, aber ja. Ich habe eine Glücksspitzhacke. Ich habe eine Haltbar... Äh... Wutsamkeit. Und ich habe noch... Ne, normal. Achso. Stimmt. Wir haben ja noch gar keine Anbindung. Die müssen wir auch noch machen. Hä? Anbindung. Ah ja. Oben sieht man jetzt 664. Da sieht man jetzt ja die gesamte Blockanzahl. Wie viele Blöcke ich von der Art, die ich gerade in der Hand halte, dabei habe. Also ich habe 664 Erdeblöcke dabei. 60 Pfeile, 60 Durability. Ah, ist ganz geil, die Mod. Kann ich nur weiterempfehlen. Da muss ich dann hin. Da oben. Oh, scheiße. Na komm, Schwimm-Schwelle. 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 Ich muss mal wieder verliegen. Schwimm-Schwelle, mein Freund. Das geht auch nett. Bäm. 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 Schlitz. Was war es Schlitz, habe ich gestern? Schlitz ist eine Stadt in Hessen. Mhm. Oder ein Dorf. Äh. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Ey, dieses Husten wollte ich nicht weg. Nein, hier ist Stein, ne? Zeig nicht auf. Ich hätte Stein gebraucht. Ich habe den Stein abgelegt. Ich dachte, wir haben den kompletten Rand schon gemacht. Was sind wir denn für Menschen, ey? Ähm, F7. Ich kann einen Repeater nix bauen. Was ist das denn für'n Scheiß? Zack, 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 zack. Hallo Zombies, ihr seid hinter mir her. Schön wirkt mich nicht. Maaann. T-slash-d-c. Ich mache jetzt mal kurz meine Ender-Chest auf. Über nen Comment und leg mal ein bisschen Erde da drin ab. Um hier den ganzen Dreck mal einzusammeln, was hier rumfliegt. So, ich hoffe die glaube ich noch gar nicht mal anschließen, wenn ich jetzt etwas mache, dann ist alles kaputt. Die ist jetzt nicht schön, ne? Die müssen ja noch ne Minecraft-Anbindung machen, ne? Ich bin krank. Ich bin krank. Kranke? Ja, du bist krank, ja. Wie mein du? Naja, von unseren, äh, von unserer Neubesiedlung da rüber zu den Kuppeln. Jaja. Hier hab alles platziert, ich darf nur noch dieses Letzte da löschen. Und kaputt. Na, herzlichen Glückwunsch. Stimmt, da fehlt ja noch was. So, fertig. Tschüss, lösch. Back. Also ich bin fertig. Toll alter, was macht der denn jetzt halt für nen Scheiß. Muss nur noch ausgekleidet werden und dann ist gut. Dann müssen wir noch ein bisschen Nether Quartz sammeln. Ja. Das heißt, da können wir auch wieder hübsch leveln. Ah, hier fehlt noch ein Knopf. So, Kies und Flint raus. Neun, ich hab keinen Stein. Mob Drops raus. Hast du noch nen Stein? Stein? Ja, teleportier dich mal zu mir. Warte. Warte. Ich seh grad, ich hab noch Kies hier rumgegeben. Den brauchen wir aber beim besten Willen nicht. So, haben wir Erde. Ne Schaufel. Ne? Jetzt war ich beinahe wieder abgehauen ohne mein Zeug. Ne? Wir machen sicherheitshalber einfach mal zwei Schaufel. Holz verbunden. Bei dieser orientalischen Musik, die hier grad dudelt. Slash tp. Slash back. T slash tp st. Wow. Da ist nix los, du bist da ganz sicher. Ja. Du musst mir einfach nur... ...beinen Stein geben. Guten Holz, na egal, klar. Ich hab da was getan. Ich hab hier vom Bosser rein zieh ich mir. Wacht, da kann sich ja nix tun. Nein. Warte. 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 Ich hab da schon was ist hier grad. Ja, funktioniert. Alter. So, kurze Unterbrechung, aber weiter geht's wieder. Mit dieser Braun. Oh Mann, man glaubt's gar nicht, wieviel Kies das da ist. Das sieht immer so wenig aus und dabei ist das soviel. Ich hab doch etwas zuviel Stein mitgenommen. So, dann hauen wir hier weg. Ich hab zuviel Krempel im Inventar. Das ist doch praktisch, wenn man einfach mal die Enderchest ansteuern kann, bekommend. Ist zwar nicht so ganz legitim, aber... Ich höre ja irgendwelche Monster im Untergrund. Das heißt, hier muss irgendwo eine Höhle sein. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Ganz gut, dass ich mir zwei Schaufeln gemacht hab. Man, ich wünsch ich hätte meinen geliebten Schaufelradbagger hier, ey. Das ist ne Rarität. Hm, Rarität. Glaub ich doch selber nicht. Die gibt's nur bei mir. Die gibt's nur im Kuriositätenladen. Mhm. Für 500 Rubine in der dritten Nacht. Du musst jetzt hier zu machen, bitte? Okay. So, hier machen wir die Grasblöcke hin. Weil jeder weiß, dass Grasblöcke bestisch sind. Dann machen wir die restlichen zwei auch noch raus. Was braucht ein Zell denn da? Ein Berg. In einer Kuppel einen Berg. Zum Skifahren oder was? Ja. Oh Marcel, die Mott legt mir keine Erde nahe, obwohl die das sonst immer macht. Dann nehmen wir's auch nicht. Ich hab's extra ausprobiert, sonst hätte ich diese Version von Inventory Tweaks nicht geladen. Ja, ich hab nichts mehr. Hier. Da hast du noch so'n paar Stacks. Ja, das bringt ja nix viel. Wie bringt nix viel? Ne, wie ich sag. 200... 220 Blöcke. Man legt doch dir scheiß nach. Mach doch nicht. Misse Geburt, ey, ganz im Ernst. So, da muss ich mal ausfallen werden. Außerdem ist es ja eigentlich wahr. Ich mein, die Mod funktioniert nicht richtig. Alter. Ich seh schon, ich hab mir jetzt mindestens wieder 10.000 Feinde da draußen gemacht. Super, dort steh ich richtig. Weee. Ja, ja, mitten ins Face mal wieder. Blute Zwerge, schlechte Zwerge. Lass mir hier ausleuchten, bevor er wieder was unschönes spawnen und dann alles wieder kaputt macht. Was ja gar nicht geht. Blute Zwerge Blute Zwerge Bis zum nächsten Mal.